Und zurück! Ha! So schnell geht das. Ist mir warm! Ja, ist mir auch warm. So, bam, bam, bam. Gucken wir mal hier mal. Sie haben ein neues Lager entdeckt. Übe dich im Lebenslicht ausblasende Schmuggler, die allzu vehement danach verlangen. Oh ja, die schreien quasi alle, dass ich in das Lebenslicht auspusten soll. Was hat mit zu tun, dass ich so eine große Lungenkapazität habe? Also die Formulierungen für Töte, alles, sind in dieser Quest auf jeden Fall sehr gelungen. Auf jeden Fall. Da hat er auf jeden Fall sich einiges einfallen lassen. Und ich bin geheilt worden, weil du es mal wieder nicht gemacht hast. Weil du es auch nicht verdient hast. Oh, hier, guck mal, gleich gibt es gleich wieder eine Fresse. Sag mal, geht es dem gut? Komm mal, drehen wir mal um hier. Hallo? Ich aggro, ich böse. Ich mach das doch selbst in Zukunft, ja. Ein Religionspaket habe ich aufgenommen. Eine Lederüstung. Und noch irgendein Scheiß. Lauter Zeug ist gedroppt. Wir gucken uns das immer später an. Das interessiert euch ja nicht wirklich. Ähm, höchstens, dass ich gewinne. So. Weiter geht's. Da hinten geht's weiter. Ui! Bam! Zack! Ah, Snick. So geht das hier. Snick. Snick und Snick. Also, ich muss sagen, gebaut hat er aber seine, äh, seine, seine Questmap ganz schön. Also, da kann man nicht meckern. Ja, das stimmt. Rein vom Atmosphärischen her schön. Ja, das ist schon ganz fein. Ich vermisse allerdings wie in jedem Dungeon das Klo. Ja gut, aber was soll man machen? Hier ist auch so ein geiles Viech irgendwie, so ein, so ein Fliegfisch. Möchte gern verwurzeltes Steinbum. So ein Fisch mit so einer riesen Mähne und... Mal, sag ich ja. Habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ich gehe schon mal weiter, ne? Tüdelü. La 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 la. Weiß gar nicht, was du meinst. Bio war nicht so deins, ne? Äh, Bio, äh, das ist doch hier mit, äh, total gesund essen und so, ne? Genau. Nur Fisch mit Mähne essen. Ey, da haut mich hier eine Fresse oder was hier. Geh kaputt! Trink keinen Heilschrank, du Stück! Ja, einen Heilschrank getrunken. Wett, wütend, du. Da sind böse Jungs. Betty Darkrose hat was? Achso. Nur irgendeine Server-Nachricht oder so ein Quatsch. Ja, wir jetzt pusten hier einen Bösewicht und Schurken nach dem anderen irgendwie das Lebenslicht aus. Ja, guck mal hier, Geheimversteck, ja? Nein, what the fuck? Du hier, Mr. ADHS, findest es nicht, natürlich. Uh, nice one. Und, ist hier was zum Looten? Hier ist auf jeden Fall eine dunkle Elfenschnitte mit Eule und tiefen Dekolte. Ja, aber der tiefen Dekolte ist jetzt nicht so wahnsinnig schön. Ich meine, es geht schon, aber... Ja gut, aber wie viel Dekolte hat so eine Elfe? Also ich meine, so eine... Nee, es geht nicht um die Größe. Nicht so ein Live-Rollenspiel-Elfe, der... Kann ja nicht jeder Mörder, Mörder, äh, geht ja nicht. Aber, weißt du, nicht so schön im Sinne von, sieht komisch aus. Egal, hat der Map-Ersteller wahrscheinlich nicht selbst gemalt. Wenn doch, mhhh, du hast ja einen komischen Geschmack. Ah, hier hinten sind... Hier hinten sind komische Leute. Woo! Bam! Und die meisten sind schon tot. Pass mal auf, hörst du mal auf, sich rumzuzaubern, du Stück. Bam! Bam! Zieh mal durch. Zieh ausgezaubert, du kleine Maus. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Wenn wir übrigens Kommentare kriegen, dass wir das nächste Let's Play im Winter machen, oder was auch immer wir hier tun, dann, äh, machen sollen, dann, äh, kann ich das verstehen. Wieso? Die Hitze scheint dir tatsächlich ähnlich aufs Gemüte zu schlagen wie hier. Ich bin überhaupt nicht für Hitze gebaut. Original, schon seitdem ich ein Kind bin, hasse ich Hitze. Wie die Pest. Und, äh, ich fühl mich wohl, ich sag mal, wenn's draußen 18 Grad ist, ja, dann ist mir das mehr als ausreichend warm genug. Mehr als ausreichend warm genug. Und dann eine kühle Brise dazu, äh, mag ich ganz gerne. Und wenn's geht, bitte auch ein bisschen Sonne. Das muss nicht unbedingt dunkel sein, aber, ich sag mal, mehr, äh, Temperatur brauche ich wirklich nicht. Und hier sind diese 30 Grad, die hier zur Zeit sind, das geht halt überhaupt nicht klar für mich. Da krieg ich kaputt rein. Jetzt trinkt? Nee, ne? Gut. Nicht, dass du schon wieder einen Heiltrank getrinkt. So, wie ich mal eben kurz einen Schluck aus meinem kalten Wassertropen nehmen muss. So, dann sagen wir, was für eine Art Fisch ist das? Was für eine Art Fisch ist was? Das ist ein Fingerfisch. Eindeutig ein Einfingerfisch. Ähm, es sind Finger im, äh, Winkel 70 Grad oder höher. Äh, es ist ein Fisch mit Fingern. Ein Fingerfisch halt. Und der hat ja mehr als 70 Grad oder höher. Falls du mir mathematisch folgen kannst, mein kleiner, arithmetisch unbedarfter Freund. Äh, bist du schon fertig? Du sollst mich doch wecken, wenn du oft geredet hast. Entschuldigung. Ach, dann ist es noch so ein Magier. Guck mal, da ist noch so ein Magier. Auf der Fresse. Wooo. Das da vorne kommt weg. Ja, das da vorne kommt weg. Genau so ist es. Nee, geh aus dem Weg. Ach, schnell jetzt. Ah, wie er hier mich bezaubern will. Nee, lass mal hier. Geh kaputt. Zack. Kaffurz. Kaffurz? Oh, hier, Geheimgang. Und noch mal einen Fisch. Ich hab einen Geheimgang gefunden, der nirgends wo hingeht. Noch ein Fisch? Ja, guck. Ach, du feier Scheiße. Das ist die bärtige Jungfrau-Fisch. Nee, nee, nee. Die mag ich nicht. Die ist komisch. Ähm, achso. Die wollte ich jetzt schon anspringen, aber kann ich ja gar nicht. Kann man das hier abwenden? Kannst du schon anspringen. Okay. Mein Bauchgefühl sagt euch umschauen. Vertraut ihm abgeschlossen. Achso. Quetsch Iona aus. Ja, dann quetschen wir mal Iona aus, wa? Ja, ich muss gerade nur mal irgendwie in die entsprechende Pankerstimmung reinkommen. Ja, bin drin. Gut. Äh, 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 achso, das ist jetzt erstmal Isendre. Mhm. Soll ich die mal eben? Wir haben, äh, unerwarteten Besuch, Iona. Isendre ist ein bisschen kräftiger gebaut. Das sieht man nur hier auf der Ende nicht. Äh, was treibt Greymoors favorisierte Speichellecker? Wohl in einer Schmugglerhülle wie diese? Äh, der genutzt ja schön aus. Ich kann's wohl nicht sein. Alter, wer sagt, dass ich auf Geheiß des oberen Gillers Greymo hier bin, äh, der, äh, dir dein überbewertetes Hinterteil bis zum Hals aufreißen würde, wegen derart halblose Entschuldigung, Alter. Entschuldigung, ich würde mir nie in den Sinn kommen. Mir würde viel mehr in den Sinn kommen, das ein oder andere Wort in das richtige Ohr zu flüstern. In die Ohren von Leuten, die im Gegensatz zu dir die Befähigung bis zwei zu zählen und Kenntnisse grundlegender Mathematik besitzen. Die Ironie des Schicksals. Alter, nichts wirst du, wenn wir dir vorher dein großsprichiges Maul stopfen. Äh, wie, bist du wohl nicht ganz bei Trost. Ich bin hier nicht in diesem Loch, um mich von Omeres Schüler hinrichten zu lassen. Genau dies würde nämlich passieren. Dasselbe geht für mich. Da habt ihr wohl, Eona. Ende des Gesprächs. Entschuldigung. Alter, Feiglinge, Alter. Äh, warte, ja. Sieht so aus, als würdest du nun allein stehen. Kompetentes, selbstmörderisches Personal ist so schwer zu finden. Immer noch scharf drauf mir mein, ich zitiere, Großsprecheriges Maul zu stopfen. Alter, sei versichert, dass du dir heute Feinde gemacht hast. Ich vergesse nicht und irgendwann wird eine Meuchlerklinge ihr Ziel finden und ich werde dabei sein, Alter. Und du wirst wissen, dass ich da bin, Alter. Schön gesagt. Und nun leg deine Habseligkeiten ab, schön langsam. Dann verschwinde von hier. Ende des Gesprächs. Oh ja. Nimm das Notizbuch an dich. Der hatte nur ein Notizbuch dabei. Ist ja auch ganz spannend. Ja, die Rüstung war Illusion. Der war nur mit deinem Notizbuch bekleidet. Geil. Verlasse die größtenteils von intelligentem Leben befreite Höhle. So intelligent war das Leben früher auch nicht. Guck mal hier, der Geheimgang. Nein, aber hier unten geht es noch. Ja gut, okay. Ja, da ist auch ein Fisch, ich weiß. Oh, der Geheimgang ist hinter dem großen, bösen Totenschädel. Bing. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, dass in meiner Zukunft ein Ladebildschirm auf mich wartet. Ja. Tada. Oh ja. Wieder nur ein kleiner Blitz, ja. Und hier ist Tasi. Da ist... Geil. Ich freue mich schon auf das Gespräch. Noch mal in die Winter vorbeigesehen. Nö. So geil. Rott, ich mag die nicht. War nicht vorgesehen, unser hier sein vor der Speerspitze. Die Untoten haben aber, kurz nachdem du weg warst, komplett durchgedreht und unser Lager von mehreren Seiten gestürmt. Wir hätten dich auch kontaktiert, wenn das Kommunikator-Dings hier getan hätte, was es sollte, aber... Nein, lass dir das von den Tari erklären. Ich habe mich köstlich amüsiert, ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Oh, uns blieb nur die Flucht. Oh, uns blieb nur die Flucht. Und die Hohundsmeher oder wie Häniker gelögt ist. Die hier hellsten sind diese Untoten nicht. Ein paar Ablenkungszauber waren genug, um uns sicher hierher zu hubringen. Und es ist übrigens nicht meine Schuld, dass meine Schlechtheien übersteigt. Wie auch immer. Dank dir sind wir nun hier. Und einen Schritt weiter, wenn man das so nennen will. Würdest du bitte? Ende des Gesprächs. Lausche Lintaris Erläuterung. Oh schön, dass du sie angefangen hast zu sprechen, muss ewig. Hätte ich bloß mal in die Fresse gehalten. Ja. Ich hatte inzwischen etwas zur Haarheit, die Höhle zu stuhodieren und sehe ha-ha, meine Gedanken stetigt. Die Unto-Honen sind gesteuert. Drei Seppaparate, Kraftquellen sind hier. Die hiesete Hüften, es sei die, den Trägern das Rufen der Unto-Honen ermöglichen, und diese Funktion ho-ho-ho und zu fähig halten. Es gilt also, den Trägern dieser Kraftquellen in Garaus zu machen. Ganz so einfach wird es nicht ich sein. Die Spruchwerker sind schwach, die Werkzeuge hingegen sie hühnt es nicht. Wir haben hier nicht die Mittelseer zu schaffen, sondern unerlässlich die Träger auszuschalten und die Kraftquellen jetzt ordentlich auszuschaffen. Oh, Obra-Mintrasse, wird Ratwissen. Herr ist mit viel größeren Problemen, aber Drahtzieher hinter dem ganzen Operation hier war es. Zeit vergessen, Gahans, Schmachsch, wie hinkt seine Präsenz noch durch eine Ätherhöhle? Don, dein Stichwort. Endes Gesprächs. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn du... Ach, Dom, ja, den spreche ich dann jetzt vor, wa? Oh, der hat aber ein hüpfer Bart. Findest du? Oh, ja. Vor etwa fünf Jahren hatten die Magier des Ordens ein Stelldichein mit einem Nekromant namens Askir, dem Schwarzen. Dämlicher Name, brillanter Mann, aber vollkommen durchgedreht. Totales Desaster, die Operation. Zehn Magier ging, einer kam wieder und landete zwei Wochen später im Irrenhaus und etwa einen Monat später mit aufgebissenen Pulsadern im Grab. Ich erinnere mich dran. Zu der Zeit hatte Omri mich in den Norden geschickt. Das Köpferrollen war beachtlich, wenn ich mich recht erinnere. Das war es wohl. Askir verschwand und war nicht mehr gesehen. Bis jetzt, wie es aussieht. Die Oberen werden an den Geschehnissen hier sehr interessiert sein. Ich werde dafür sorgen, dass du dabei bist, wenn wir ihm berichten wollen. Was ich hab? Ach, was soll's. Sei versichert, dass ich dich heimsuchen werde, wenn ich verrecke. Äh, das sollte dir eigentlich Anspruch genug sein. Äh, heimgesucht zu werden. Von dir. Bah. Ende des Gesprächs. Danke. Oh, und wer ist jetzt wieder dran? An dir wird es wieder hängenbleiben, eine Schneise durch die Untoten zu schlagen. Wir folgen, sobald Lentari ihre Vorbereitung abgeschlossen hat. Dies wird eine gewisse Zeit dauern. Bereite dich also darauf vor, die Stellung bei den Kraftquellen zu halten. Äh, ja. Du musst nochmal. Nee, Lentari. Oh, Gott. Und hüte dich davor, die Kugeln direkt zu hören. Wir hier wissen noch nicht, worum es sich genau handelt. Äh, die hier aus Willkungen auf den Uhun vor Ort bereitete Hünkehünferta-ha-ha-ha sein. Jetzt dein Charakter. Jo, wenn das alles ist, was ich wissen sollte, um das Ganze nicht aus der Katastrophe hinzulassen, wird's wohl Zeit zuzuschlagen. In dem Sinne, schlagen wir zu. Gut, also die führen schon ganz interessante Gespräche. Ja, das hat das nett gemacht. Aber ich sag mal, die 42 Minuten kommen nur hin, weil die Leute hier im Durchschnitt halt durchrushen irgendwie und sich nicht die Zeit nehmen zu lesen. Darauf solltet ihr achten, wenn ihr uns eine Quest schickt, dass ihr halt eine realistische Zeit angebt und nicht das, was die Leute halt mit ihrem Durchrushen so im Schnitt veranstalten. Das ist halt ein bisschen... Kraftquellen Nummer 1, 2 und 3. Ja, wollen wir mal gucken hier. Smackseroni, ich bin ein geiler Tony. Woo! Bam! Wo ist die hin? Schöner Tod? Hat die gerade Schöner Tod gesagt? What the fuck? Irgendwas ist mit mir los. Ich leuchte und hab komische Sicht und ganz merkwürdig. Das hier wird wohl Kraftquellen 1 sein, wa? Oder einfach nur die obligatorischen Dungeon-Beleuchtungen, damit man die Hände fürs Schwert feiert. Stöp! Ja, auch du körperlich, mein Freund. Smack! Nein, kann ich wieder nicht anziehen. Ihr droppt auch Stuff. Ein untoter Gigant. Cool. Woo! Zack, eure Fresse. Batsch. Au, der hat mir auf wehgetan. Jammer nicht. Okay. Aber der war böse. Der hat mir meine Gummibärchen zerquetscht. Jammer nicht. Jammer nicht. Ich hab schon 76 Silber. Keine Ahnung, wie viel das ist, aber schon eine Menge. Das ist mehr als 75. Oh ja. Mindestens einer mehr. Hier ist schon wieder so eine Zauberin. Smack! Alles okay? Ja, ja. Ich war nur... Es ist warm hier. Es ist mir warm. Assassine. Kapott. Kapott. Kapott? Du sagst immer Kapott. Ja. Oh, warte, 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 warte. Jetzt. Woo! Bam! Ich zieh irgendwie falsch. Ganz schön blöd. Smack! Komm hier, fall um. Schon wieder was, was ich nicht kann. Keblammy. Da hinten. Noch mehr. Hier, diese Lichtquellen im Dungeon sind ganz schön gebaut. Oh, die sind echt schön gebaut. Da kann man nicht meckern. Wie gesagt, also mit den Maps hat er sich echt Mühe gegeben und die sehen auch sehr geil aus. Finde ich richtig cool. Und auch die Dialogen sind ganz clever gelöst. Die sind clever gelöst und... Bisschen wie im Film. Ja. Und innovativ, ne? Das so zu machen mit weiblicher, männlicher Part. Finde ich ganz cool. Ja, das stimmt. So, hier. Hüppf! Kleine Fee. Boah. Bam! Boah, hat er mich an der Fresse geblieben hier, du. Smack! Kann ich auch. Ich brauch mal hier mehr geile Fähigkeiten. So, kaputt. Bin immer noch nicht Level 15. Warum bin ich immer noch nicht Level 15, ne? Weil du eine unfeige Marde bist. Das stimmt zwar, aber das hat am Ende das tun. Was hat damit alles zu tun? Das will ich aber nicht hören, verstehst du? Ich will es nicht hören. Ich gebe dir da mal einen Untoten ab, ne? Ja, bitte. Ich helfe dir. Zack, ich bin hier ein Damage-Dealer, verstehst du? Der Damage-Dealer. Oh, ja klar. Du möchtest ja das Damage kaufen. Übrigens sind wir gerade eine Kraftquelle irgendwo erledigt. Ich weiß nicht welche, aber irgendwie haben wir gerade eine Kraftquelle erledigt. Na, haben wir das gut gemacht? Oh ja. Oh ja. Oh, hier, guck mal. Woohoo! Smack! Ihr kleinen Kaputniks, ja. Ihr glaubt, ihr könntet hinter der Ecke lauern und uns kaputt machen. Aber nein, ey, dann trete ich den schön aus dem Bild. So. Oh ja. Hier ist schon wieder was hier. So ein Leuchten. Da macht mich schon wieder ganz... Macht mich schon wieder ganz... Wuschig. Ein Eichhörnchen da vorne! Ein Eichhörnchen! Oder ein Hörer und Toten. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das so sieht. Äh. Oh ja, da hinten. Noch mehr. Batsch! Aber hier müssen wir jetzt echt viel schlachten. Also das ist quasi der XP-Farm-Teil der Rest. Hier geht's ab. Ey, lass meine Priester in Ruhe, du Schlampe. Aber zack. Interaktion konnte ich nicht... Ja, ja, ist ja gut. Oh, schon wieder ein Gegenstand, den ich nicht nutzen kann. Ganz erfrischen in deinem Spiel finde ich übrigens das, was ich nicht mit sowas wie Mana rumschlagen muss. Oh ja. Oh je. Ja, der Teil ist natürlich jetzt hier so, äh, relativ bestandarkommen. Ih, der hat mir die Seele rausgezogen oder sowas. Du hässliches Viech, ey. Ob man sich das gut überlegt hat. Wieso kriege ich ja... Ja, echt. Wieso... Ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich hier keinen Heel? Aber jetzt kriege ich ja Heel. Heel! Für dich ist jeder Heel. Einer zu viel. Oh, jetzt klingt er an zu reimen, ey. Jetzt ist vorbei. Smack! Oh, die sind echt fast ein bisschen zu leicht, die Schweine. Übrigens, wenn ihr uns erzählen könnt, was bei dem, äh, Aufkrieger hier links meine komische Axt und Schildbar, äh, Axt und Schwertbar bedeutet, außer ich mache mehr Schaden, das habe ich mir jetzt selbst zusammengereimt, dann sag das ruhig, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da nicht befasst. Was? Eine Axt und Schwertbar, ja? Ja, eine Axt und Schwertbar. Da kann man Äxte trinken und, äh, Schwerte essen. In der Axt, Schwertbar. Da hinten liegt noch was rum. So, äh, trifft dich mit deinen Kollegen. Ja, warte mal eben. Ich muss doch noch hier lupen, da war ein Eichhörnchen. Hier wieder irgendwo Fisch gesehen, ja? Äh, nee, kein Fisch. Da hinten ist übrigens noch mehr Pack. Bam! Smack! Zwei Leute mit nur zwei Skills tot. Ratsch, zack. Schlitz. Schlacht und kaputt. Oh, hier, guck mal, der leuchtet. Hat ihm auch mal auch nicht hier geholfen. Ich habe mich auch mit meiner Taschenlampe geschossen. Echt so? Stiefel? Ich habe Stiefel gefunden, falls meine mal durchgelatscht sind. Oh, oh, das sieht hier aus wie irgendwie, äh, große Halle mit großem Kampf. Großes auf die Fresse. Small. Small. Oh, guck mal, Lentari. Hm, geil. Na, Lentari, du kleines, äh, schwach bekleidetes Lederfummelchen. Äh, Shahain, da hast wir die Überreste Ahain des Pohortals vor uns haben. Ich erkenne die Hand, Ahaskiers, Nuhur, Nunoch, Shahem, Haft, aber doch. Äh, Ahain, Rehe, Konstruktion, Shahain, möglich zu sein. Mal sehen. Sie will ein Rekonstruieren. Geschafft! Ich kann, äh, Präsenzen auch auf der anderen Seite wahrnehmen. Einen Moment, was? Unmöglich. Präsenzen übrigens. Nur so. Achso. Es muss Präsenzen. Entschuldigung. Macht ja nichts. Da stand ja auch Präsenzen. Das wären aber Geschenke quasi, Präsenze. Naja, egal. Geschenke. Tasi. Was ist? Lentari, stopp! Verflucht ihr nach! Ende des Gesprächs. Oh ja. So, folge den Wahnsinn durch das Portal ins Ungewisse. Ja, aber wenn ich nicht will, was mache ich da? Zu spät. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem L-L-L-Ladebildschirm. Wieder. Ja, bam! Oh ja, und da ist Ländere. Hatten wir die schon? Nee, ne? Nee. Die ist neu. Soll ich die sprechen? Oder willst du die sprechen? Äh, ich bitte darum, dass du sie sprichst. Hallo, wir kommen zurück im Ordenshaus. Wo kommt ihr denn her? Äh, ja, bei mir kam jetzt, äh, quasi, äh, ich konnte weibliche Charakter einklicken und dann, äh, kommt, äh, wieder der Luke-Teil von ihr. Ja, genau. Nee, das ist Elad hier. Das bist du. Genau. Ende des Gesprächs. Achso, ich bin... Ja, du bist Elad hier. Zu spät. Ah, ich glaube, wir haben die Quests abgeschlossen, äh, abgeschlossen, die eine hier. Dann machen wir hier mal eine Truhe auf. Amulette Vitalität. Bam. Nehmen wir. Badam! Faune-Request bewerten. Oh ja, okay, ist schon vorbei. Wunderbar. Äh. Okay. Ging dann doch noch ein bisschen schneller, als ich befürchtet hatte. Aber, äh, ich glaube, mit 42 Minuten kommen wir trotzdem nicht hin. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir nicht rushen. So, äh, sie haben das, äh, bla bla bla, wir können jetzt bewerten. Ja, wir möchten bewerten. Bitte, ich möchte dieser Quest Sterne geben. Ich gebe dieser Quest. Ja, ich schwanke, ehrlich gesagt, zwischen 4 und 5 Sternen. Ähm, sie ist a, sehr schön gebaut. Überhaupt keine Frage. Also, wie gesagt, das rein von Amiantia und sowas gefällt mir sehr gut. Äh, die Dialoge sind ganz gut gemacht. Ähm, ich finde das sehr innovativ mit dem, äh, männlicher, weiblicher Part. Der Wortwitz ist, ja, also an einigen Stellen muss auf jeden Fall der Text noch ausgebessert werden. Der Wortwitz ist jetzt okay. Ich hab, hat mich nicht total vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt. Ähm, aber, ach, die ist trotzdem schön gemacht und ich glaube auch viel besser als der Durchschnitt. Ich gebe mal 5 Sterne, obwohl ich zwischen 4 und 5 wirklich, äh, schwanken muss. Und, äh, hier gibt es natürlich auch für mich die volle Punktzahl an Trinkgeld. So, ich übergebe an dich. Äh, ja, ich, äh, hab auch überlegt und bin allerdings anders als du bei 4 Sternen gelandet. Äh, sicher, die Quest ist, äh, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht und, äh, auch, auch richtig schön, äh, gestaltet. Das, äh, das Dialogsystem gefällt mir auch gut. Das, äh, lässt uns zwar jetzt nicht wirklich viel wahren, sondern nimmt einen mehr bei der Hand. Das stört mich allerdings nicht wirklich so. Was mich eher stört, ist so ein bisschen der Wortwitz, der halt, ich sag mal, nicht ganz so, also der wirkt sehr aufgesetzt. Das, äh, hätte irgendwie noch ein bisschen lockerer aus Hüfte kommen können, dann, äh, dann wären da auch 5 Sterne drin gewesen. Äh, ansonsten hat das Ganze Spaß gemacht und das Einzige, was ich wirklich zu begritteln hab, ist jetzt irgendwie das Ende, das irgendwie so, äh, jaha, und da ist jetzt das Portal und da könnt ihr jetzt durchgehen und dann, äh, flupp, Ende. Äh, hätte man vielleicht eleganter oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mit, äh, 4 Sternen immer noch überdurchschnittlich gut und ich hab, äh, Spaß gehabt, die Quest zu spielen. Insofern, äh, danke für das Bekanntmachen, danke für den Vorschlag und, äh, ich bin gespannt auf den nächsten Teil, den spiel ich nämlich auch dann mit. Ja, äh, das muss man vielleicht noch dazu sagen, irgendwie diese Quests, die wir haben, sind bisher alle irgendwie so gestrickt gewesen, das ist immer ein Vorspann irgendwo zu oder ein erster Teil. Das heißt, Leute trauen sich hier halt entweder nicht zu, gleich, äh, die gesamte Nummer, die sie im Kopf haben, äh, durchzusetzen oder aber, äh, sie sind sehr ambitioniert und wollen erstmal gucken, wie es ankommt und einen anderen Teil kann man dann ja noch später machen oder auch nicht. Je nachdem, wie es dann halt so ist. Ähm, führt natürlich dazu, dass man dann immer so komische Zwischenenden hat. Bin ich ein bisschen gespalten bei, ehrlich gesagt. Ähm, weiß nicht. Ich fände es schöner, wenn wir abgeschlossene Questen kriegen würden mit einem richtigen Ende. Aber, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das war hier schon wirklich, äh, eine feine Nummer, muss ich sagen. Ähm, ja, und ich soll mal bedenken, dass das Ganze wahrscheinlich nicht mal eben so in der Fügelung zusammengestrickt wurde, äh, würde ich als, äh, jemand, der sowas erstellt, auch erstmal irgendwie einen Vorspann machen wollen, um dann zu gucken, ob das überhaupt irgendein Schwein interessiert und dann gegebenenfalls sowas nachstricken, anstatt da irgendwie drei Jahre meines Lebens drauf zu verwenden, ein Meisterwerk zu schaffen, was nicht gespielt wird. Ja, das ist, das ist richtig. Wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen irgendwie, dass es da solche Gründe für gibt, äh, von daher. Jetzt fehlen mir natürlich noch so ein paar kleine Minipünktchen zur 15, ne, egal. Ich geh mal hier raus aus der Tür, beende den Vorspann. Äh, da. Ja, ja, aber ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuschicken von, äh, von den Karten-Quests quasi, äh, wir machen das sehr gerne und wie man sieht, äh, lohnt sich das ja durchaus auch, äh, sich die Questen anzugucken. Ähm, die nächste wird auf jeden Fall auch sehr interessant, weil da die Ankündigungs-E-Mail extrem interessant war. Ähm. Da bin ich, äh, in der Tat, äh, sehr gespannt drauf. Immerhin hat der gute Mann da in der Ankündigung den Mund, äh, ich sag mal, mehr als voll genug. Oh ja, oh ja. Also, dass er überhaupt noch sprechen konnte, so voll wie der Mund war. Ich hoffe, dass die Quest auch nur halbwegs hält, was er verspricht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, äh, Nerds and Block the Net, äh, meldet sich ab, ja, wir sehen uns dann quasi in der nächsten Adventure-Map bei Neverwinter wieder, äh, verpasst auch nicht unsere anderen Artikel durchzulesen, äh, falls euch unser Kommentarsteel irgendwie gefallen hat und ihr diese, äh, quasi nerdsblogthenet.com, ähm, über YouTube gefunden habt und quasi nur die Videos bisher gesehen habt, äh, schaut euch auch unsere Seite an, nerdsblogthenet.com. ähm, nerdsblogthenet.com, ja, da findet ihr auf jeden Fall auch interessante und teilweise sehr lustige Artikel, teilweise hilfreiche Artikel über alles, äh, was den Nerd so erfreut. Ja. Äh, Roddy? Genau. Roddy sagt Tschüss. Roddy sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.